Ein günstiger micro SDXC Kartenreader, USB 2. Das Kartenlesegerät kann wunderbar auch 64 und 128 GB SDXC Karten lesen. Für mich war es wichtig, dass es auf dem iPad funktioniert, sodass ich meine Fotos von der Kamera lesen kann. Beim Testen auf einem MacBook liefert Kartenlesegerät für gute Lese- und Schreibwörter. Hier beim Schreiben 14 MB pro Sekunde und beim Lesen Liste 19 MB pro Sekunde. Akzeptabler Werte für USB 2. Hier noch ein kurzer Test mit 64 GB SDXC Karte. Die Karte wird wunderbar erkannt, also funktioniert alles. Hier sieht man, dass schnellere Speicherkarte auch maximal 19 MB pro Sekunde erreicht, wegen USB 2. Beim Schreiben wird es hier auch ungefähr 18 MB erreicht.